Die Welt schaut nicht nur nach Berlin, die Welt ist zu Besuch in Berlin bei der größten Tourismusmesse weltweiter Internationalen Tourismus, Börse ITB, die am Mittwoch in Berlin beginnen wird. Für mich ist dies die Gelegenheit, eine ganze Menge von Gesprächen zu führen, beim Rundgang mit den Obleuten des Tourismusausschusses des Deutschen Bundestages, beim Rundgang mit den tourismuspolitischen Sprechern der Landtagsfraktion der FDP, beim Empfang der Deutschen Zentrale für Tourismus und bei vielen anderen Veranstaltungen. Hier erfährt man, wohin der Trend im internationalen Tourismus geht, hier erfährt man, wie das Reiseland Deutschland positioniert ist Und natürlich werde ich auch versuchen, in vielen Gesprächen die tourismuspolitischen Leitlinien der FDP zu vertreten und natürlich darüber zu informieren. Und unser Grundsatz heißt nach wie vor mehr Netto vom Brutto. Es gibt das alte Wort von Wilhelm Busch, froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt man hat die Mittel. Und ich gehe davon aus, viele tausende Menschen werden über die ITB gehen, werden sich die Reiseziele anschauen. Wir als Politik haben dafür zu sorgen, dass sie auch reisen können. Denn Reisen war der uralte Traum der Menschheit und die ITB wird es wieder symbolisieren. Wenn Sie weitere Informationen zur Tourismuspolitik der FDP wünschen, schauen Sie auf meiner Homepage oder wenden Sie sich gerne an mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute.